Musik Dampfhiskarage, heute zum Thema Kolbenaufsatzscheibe Also diese Teile werden wir hier brauchen. Schraubensicherung, den Kolbendeckel und eine Schraube, die wir hier unten am Kragen leicht abgefeilt haben, weil der Konus sonst zu weit in den Kolben reinkommt und das Gewinde beschädigen könnte. Also wir nehmen jetzt mal einen Schrottkolben, es ist nur zur Demonstration. Es ist ein alter ausgedienter C-Kolben und wir haben von beiden Seiten ein Kolbenbolzen, damit wir den gleich schön sauber einspannen können und den Kolben selber nicht beschädigen. So, hier bohren wir jetzt M5 rein. Du nimmst einen 5er Bohrer, um M6 zu schneiden. Gut. Ziehen wir mal dafür an zu an, von Michael Jackson mäßig. M5-Loch haben wir schon mal im Kolben. Ein 5 mm Durchmesserloch. Ja. Für ein M6-Gewinde. Für ein M6-Gewinde, richtig. Genau. Natürlich gehört da ein bisschen Mut zu, einfach mal so ein Loch in den Kolben zu bohren. Das ist kein Loch, das ist eine Bohrung. Da will ich demnächst den Damen sagen, oh, sie haben aber nichts. Ah! Hahaha, Schnitt. So, jetzt wird sie von hier oder von da. Wie gesagt, jetzt haben wir diese zwei Wolkenbolzen hier und da können wir den super mit einspannen. So, können wir ruhig festziehen. Dittmog-Nexen. Jetzt nehmen wir den M6-Gewindebohrer. Den ölen wir leicht ein. Ein spezielles Gewindeschneidöl. So. Und schön mit Druck ansetzen. Schön drücken dabei und schön gerade bleiben. So, ich glaube er hat gepackt. Ja. Jetzt können wir runterschneiden bis auf den Kolbenbolzen. Jetzt merken wir, da ist Ende. So. Jetzt ziehen wir den wieder raus. So, Michael, dann folge mir zu diesem Tisch. Hier habe ich also ein bisschen Schmörgel. Und da müssen wir hier blank kriegen, hier oben drauf. So, sind wir fast da. Ja, können wir schon so lassen. Jetzt gehen wir das mal eben sauber pusten. So, das ist jetzt sauber. Jetzt kommt folgendes. Wir nehmen etwas Loctite. Oder wie heißt das? E-Col-Schrauben fest. Ich mache trotzdem hier drei Pünktchen drauf. Und dann brauche ich meinen 6er Griffsteck. Der ist genau hinter dir, Micha. Da ist er. So. Hier machen wir auch ein bisschen dran. So ein Tröpfchen ist schon genug. Du sagtest, da ist schon ein Motor am Laufen mit. Ja, einer läuft schon. So. So ein bisschen schön verdrillern hier das Zeug. So, schön mittig. Was stößt du denn so? Ich bin am anziehen. So, das ist fest jetzt. Wir nehmen noch ein Latzpuppen. Halt, der ist noch nicht fest. Hast du wieder die Bachstäben verwuchselt? Wir nehmen mal die andere Schraube. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir die abgedreht haben. Ja, so passt es jetzt nun mal. Jetzt vergesst du das Locktide nicht. Die müssen wir nehmen. So, jetzt tun wir das Locktide direkt hier hin. Direkt am Rand des Gewindes. So. Immer noch lose. Na, ganz fest kommt ganz lose, ne? So, jetzt ist die Platte fest. So. Und der soll jetzt Leistung bringen wie ein Buckelkolben. Ja, das ist so. Der bringt Leistung wie ein Buckelkolben. Und wir können hier sogar noch ein Kleblatt dran machen. So, jetzt nehmen wir die Bolzen wieder raus. Die kriegen wir so von Hand durchgeschoben. So, das nur zum zeigen, wie man das mit der Platte drauf macht, ne? Ja. Ja, wie gesagt, so ein Werkzeug nimmt man nur bei einem alten Kolben. Und du hast noch ein paar von diesen Scheiben da, ne? Ja. Ja, also zum Nachbau. Hier haben wir noch so ein paar Scheiben. Wer das nachbauen möchte. Dazu gibt es dann so eine Spezialschraube. Ja, und wer das nachbauen möchte, kann das gerne machen. So, der Kolben ist eingebaut und der Motor läuft. Jetzt wollen wir mal zeigen, dass das auch funktioniert. So, hallo Freunde, der Kolben ist jetzt hier drin. Motor ist eingebaut und wir machen jetzt den ersten Startbesuch. Motor ist ja jetzt ja. So, der Kolben ist gleich. Da ist mir, dass die Schlange ist. Wie gesagt, nicht nur da über die Schlange ist. So, der Kolben ist ja. Der Kolben ist dann aus dem geübt. Ich bin das hier drin. Also soll ich sagen, was dazu verabredet. So, ich bin da. Ja, der Motor läuft ganz gut, ein bisschen Feintuning ist noch notwendig. Der Vergaser müsste noch ein bisschen hochgedreht werden. Aber die Sache funktioniert und der Motor läuft. Die Kompression ist auch toll. Da ist also richtig was hinter. So, das war's für heute wieder. Bis dann, euer Dampffried. Das war's für heute.